Also, wie gesagt, ich bin sehr konventionell. Ich würde mich freuen, wenn mehr Frieden auf Erden herrschen würde und wir auch im kommenden Jahr weiterhin sozusagen wirtschaftlich stabile Verhältnisse haben werden, so dass wir die Phase, die wir jetzt durchlaufen, auch weiter fortsetzen können und nicht mit Krisen oder anderen Problemen geschockt werden. Vielen Dank.